So, da sind wir auch schon wieder zurück zu der nächsten Folge von Traymania United Forever, Nations Forever. Wir sind schon wieder auf den Let's Rock Server da von Freezone. Ja, immer noch. Ja, du hast gesagt schon wieder. Ja, schon wieder? Ja, du hast schon wieder gesagt. Ja, ist doch schon wieder. Ja, eigentlich immer noch. Ja, immer noch schon wieder. Ja, immer noch. Schon wieder ist was anderes. Das heißt, wir sind noch mal auf den Server draufgegangen. Achso, ja, wir sind rausgegangen und noch mal auf den Server drauf. Ja, genau. Jetzt würdest du deine Punkte hergeben. Was? Jetzt würdest du deine Punkte hergeben. Quatsch. Ich doch nicht. Ich fahr immer zu Ende. Es wird gerade sehr laut, Leute. Leute, ich hasse diese Kurve, ne? Ich hasse diese Kurve, so sehr. Das darf doch nicht wahr sein, dieser scheiß Bogen da, ey. Welcher Bogen? Ja, ja, gesagt, die scheiß erste Kurve mit dieser S-Kurve da mit der Schikane. Da knall ich jedes Mal gegen. Neunzehnter, das darf doch nicht wahr sein. Und ich war Dritter. Boah. Ich bin aber auch gerade irgendwie nicht gut. Ich weiß nicht, welchen Platz ich bin. Das ist das Blöde. Die Checkpoint-Anzeige hilft mir gerade nicht. Alles klar, siebter. Komm, der muss da vorne einen Fehler machen. Fuck, macht der aber nicht. Egal, werden wir siebter, Leute. Siebter ist gut. Ne, sechster werden wir sogar. Wow. Cool. Ach, da wackelt wieder mein geiler Arsch rum. Also, das ist nicht mein Arsch, sondern... Ach, schier ein Sechster. Ihr wisst schon, was ich meine. Der Oni Dominicano steht immer noch ein Ziel. Wenn du das weiter machst, bist du auch der einzige, äh... Waitinicano. Fritzi is water. Boah, leg mich weg. Ich bin finalisiert, lol. Du bist ja schon die ganze Zeit. Ja, da habe ich dich gar nicht gemerkt. Ja, aber der Dritte wird schwer jetzt. Du musst eigentlich unterhalb... Nee, das schaffe ich nicht. Aber ich will irgendwo auf jeden Fall weit vorne sein, damit ich ordentlich LP bekomme. Ja, du wirst auf jeden Fall allein, dass du mich schon wieder geschlagen hast, wieder Punkte kriegen. Boah, bin ich am Perlen. Gut, dass die Facecam nicht mehr funktioniert. Ja, bei dem Wetter, ey. Ja, das sieht auch furchtbar... Boah, wie viel Grad haben wir draußen? Schon... 32. 32. Aber wir extrem trockene Luft haben, ey. Ja, weil... Ja, da geht ja noch besser als schwülen. Ich baue schon wieder Scheiße. Leute, ich muss mal pfeifen hier. Da fliegt ein Pole an mir vorbei. Jetzt gibt es nicht nur fliegende Holländer, jetzt gibt es auch fliegende Polen. Da fliegt noch ein Pole an mir vor... Ja, die ganzen Polen fliegen ja mal vorbei. Das ist voll geil. Ja, ich mein... Vergessen wir, dass ich das gesagt habe. Nein, wir vergessen das. Alter, ich bin gerade voll kacke. Ich glaube, du hast mich gerade überholt. Kann das sein? Weiß ich nicht. Du hast die Namen ja aus. Ja, ich weiß nur, warum ich die ausgemacht habe, weil aus irgendeinem Grund dann noch mit weniger FP... Du hast mich gerade, glaube ich, überholt. Da doof ist der Sebastian. Der Server ladet mich. Da ist ein deutsches Auto. Warst du das? Der gerade quer geflogen ist? Ja, so ein quer geflogen, der ganz schnell in der Luft gebremst hat. Nee, gebremst habe ich nicht. Ich bin einfach quer geflogen und habe dadurch Speed verloren. Ach so. Okay, ich glaube, dann warst du da doch. Drifte! Ja, du warst da. Dann hast du mich überholt. Nice. Neunter. Elfter. Zehnter. Zehnter. Geil! Das ist einer aus einem unbekannten Land. Was macht der denn? Ja, das würde ich aber auch machen. Der Pol ist gegenüber mir gefahren. Ach, Leute. Boah, Alter. Zwei Sekunden erstmal schneller. Leute, wenn ihr richtig Spaß mit Rennspielen haben wollt, downloadet euch einfach Nations. Das ist vollkommen gratis und macht immer noch scheiße Spaß. Es hört nicht auf, Leute. Und wenn ihr wie immer mitfahren wollt, dann könnt ihr euch ruhig bei mir melden. Wie gesagt, wir haben kein Problem damit, wenn Leute bei Trap Mania mitfahren. Oder, Sebastian? Oh, nee. Das ist sogar noch cooler, Leute. Also, wie gesagt, wenn ihr Trap Mania habt, Nations oder United, immer melden. Dann treffen wir uns im TS und dann geht das los. Jetzt seid ihr mir seit Englisch standen, dann haben wir es auf jeden Fall schon mal bei mir. Ich glaube... Weil ihr Englisch ist bei mir nicht so gut. Sebastian, ich habe doch keinen englischen YouTube-Channel. Ja, aber du schreitst mit dem Englischen. Was? Du schreitst mit jemandem Englischen. Hä? Du schreitst mit dem Englischen. Achso. Äh, ja. Oh, mein Gott, ich weiß schon mehr wie Mike, ey. Ja, ich weiß gerade nicht, was er so recht von mir will. Nein, ich bin an der Wand angeeckt. Boah, hab ich Kohlenampf, Leute, ey. Meine Fresse. Die ganze Zeit schon. Wir haben nur Redline geguckt und da war auch nicht so was Leckeresessen dabei. Redline kann ich nur empfehlen. Wenn ihr einen brutalen Rennfilm sehen wollt. Oder einen Anime-Film. Der ein bisschen abgespaced ist. Ja. Äh! Was war das denn jetzt? Hast du jetzt nicht gesehen, oder? Nö, ich bin aber 6er. Ich bin voll komisch rumgeflogen. Ich bin, äh, hä? 9er. Hä, wo kommt der denn her? Ach, ist das nicht Afrika? Oder, ne, Jamaika, Afrika? So um die Richtung? Weiß ich nicht. Race Thunder ist die Strecke übrigens, wenn ihr das wissen wollt. Es ist erstellt vom Thunderwind. Danke für diese Strecke. Ich bin immer noch Finalist. Yeah, Nico, 98 weiß jetzt auch im Finale. Äh, pfff. Pfff. So du, du Minecraft. Ja, Rappenloi ist lustigerweise Platz 5000. Ui. Da kriegst du grad nicht geschissen, die Strecke hier. Ja, vielleicht ist es in seinem Gebiet ja auch anders. Vielleicht mag er ja Dirtstrecken, so wie ich. Ja, ich geh mal von aus, entweder Minikurse oder Fullspeed. Minikurse sind wirklich das Schwerste, was du kriegen kannst. Ihr könnt mich auch, wie gesagt, wir können, ich glaub, beim, ob's beim Nico 88Y okay ist, weiß ich nicht, bei mir ist es, aber okay. Ihr könnt mich auch, wie gesagt, in Trap Mania scheiße, bin mir in die Wand gerutscht. Äh, als Freund, äh, das ist auch kein Problem. Äh, da bin ich nicht so fan von. Doch, ich mach das schon. Äh, ich nicht, weil ich, sonst hab ich wieder zu überlassen und dann muss ich wieder aussortieren, da hab ich keinen Bock drauf. Du weißt wieder, dass ich deinen Kanal wieder in den Folgen verlinken werde, ne? Ja, geil, das ist ja nur das einzige Vorstandsvideo von damals vom YouTuber, was ich damals gemacht hab. Was drei, was drei Jahre her ist, oder mehr? Ja, ich weiß nie, wie lang das schon her ist. Da hatte ich noch mein Sound, da musste ich noch mein Soundblaster-Mikrofon in meiner Hand halten, weil das, äh, Mikrofon, das einzig so weit auch noch funktioniert hat und dann hätte es kaputt war. Leute, ich hab voll Hunger und das leidet langsam voll an der Konzentration. Deswegen entschuldige ich mich gerade für meine täglichen Fahrmanöver, die ich hier mache. Die sind nämlich echt bescheuert, wie bis zum Gegner her. Ich könnte mich echt schlagen, wenn ich gerade fahre. Bist du 6. oder 5. oder so weit geworden? 5. 5. Cool. Ich bin, oh, ich hab noch einen Platz hier rum gut gemacht. Irgendwie immer, kurz vorm Ziel, bin ich einen Platz besser. I don't know. W-wofür fährt der denn hin? Der ist von der Karte. Mein Gott, das ist immer noch nicht Ende, Leute. Das geht immer weiter. Alter, der hat einen geilen Namen. Digger Vance. Äh. Ihr wisst, dass ich Digger gesagt hab, Leute. So, jetzt muss Ali Golding oder jetzt, jetzt, jetzt müsst, jetzt wird, das wird jetzt 100% die letzte Runde sein, weil Ali Golding, der, 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 der macht, die macht das gleich. Ja, das können sein. Ich hab schon mal eine Vorwahl, da kommt gleich ein Krankenwagen hier vorbei. Und ich, und ich kann mein Mikrofon nicht mehr. Yay, da kommt der Krankenwagen. Egal, große YouTuber haben das auch. Yeah, Krankenwagen. Cobra 11 ist ins Haus. Oder wat? Man hört mein V8 gar nicht hier bei dem Formel 1 rumgebimmelt die ganze Zeit. Wat würd ich geben, dat die in Chapmania Car Parken, äh, Roland Ratzenberger Skin reinmachen oder Niki Lauders Ferrari, ey. Der, gibt's den ja. Äh, äh, hab ich schon nachgeguckt unter Ferrari. Da gibt's nur den 2008er Ferrari und noch, ich glaub von 2003 der. Scheiße. Kein 312 T, äh, 1. Hätt ich gerne den. Ah, denn der hieß nur 312 T. T 1, äh, ja okay. T 1 kann man ihn nennen, weil's der erste Turbo ist. Oder war der überhaupt ein Turbo? Ich weiß nicht. Wobei, wenn er T heißt, müsste er eigentlich ein Turbo... Ist mich voll verwirrt. Klett mich auf. Hat der 312 T einen Turbo-Lader gehabt oder stand da T für was anderes? T kann ja auch für Totalschaden heißen, wenn man die Formel 1 untersteht, die abgefackelt hat. Die, 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 ich werde erster, ich werde erster. Die, 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 die. Nein, ich bin an der Wand gerutscht. Jawoll. Super. Ich glaub ich hab's gemacht. Ich glaub ich hab's gemacht. Ey, ich bin noch Fünfter geworden. Geil. Ich glaub ich hab's gemacht. Komm, hat der Niko 88 gemacht? Das werden wir jetzt gleich sehen, Leute. Ja, ich hab's gemacht. Das hat GG geschrieben. Sigi? Mal kurz gucken. Ja, super. Astralen. Super gemacht, Sebastian. Boah, weißt du, die holt sich die ganze Zeit deinen 5 Platz und so und dann komm mich auf einmal an. Um die Ecke zu schauen. Ey, nice, das ist Dritter. Krieg ich dann wenigstens LP? Guck mal, der Flo fährt auch mit. Oh, leck mich, ey. Jawoll, ich krieg LP. Geil. Hast du LP? Nur, scheiße. Eigentlich hättest du LP kriegen müssen. Vielleicht krieg ich die ja und das ist ein Anzeigefehler. Na gut, hörst du Ladebildschirm, Leute. Boah, leck mich, ey. Ja, nice gemacht, ey. Kann ich auch nur GG sagen. Jetzt war ich gerade am schwitzen, ey. Scheiße. Glaub ich dir. Die Folge geht noch neun... Oh, der Niko 88, weil der kratzt gerade ein bisschen ab. Die Folge geht noch neun Minuten. Ja, ich hab gerade selber abgekratzt. Ich hab gerade selber abgekratzt. Oh Gott. Du bist gerade abgekratzt, kurz. Ja, ja. Boah, leck mich, ey. Das war erfrischend. Ach, scheiße. Oh, ich hab den Start verpimmelt. Lol. Was? Hä? Achso, die sind hier am Rumbang bei... Alter, 33 Leute sind wir jetzt... Nein! Och, Mann. Ich bin gegen die Dings geflogen. Komm, kipp um. Nee, schau mir nicht mehr. Nee, kann ich aufgeben. Scheiße. Bist du hier irgendwo, Fahne, Mann? Wo haben wir den Niko 88? Ja, aber weiten im Moment. 18er. Ja, aber immerhin hast du geschafft. Ich bin nicht in die Pfad geklackt. Dort drücken wir den Niko 88, war mal die Daumen. Da hat noch PCD da stehen, das ist so ne ganz altes Team noch. Ja, vor wie vielen Jahren? Das existiert ja nicht mehr. Ja. Vor wie vielen Jahren haben wir das gemacht? Andern Zeit, zwei Jahre so? Ja. Die Leute, die da gar nicht gewöhnt haben, sind, gibt's ja gar nicht mehr. Ja, das heißt ja jetzt Team Impero. Sebastian, es gibt auch so Gruppen in Trap Mania. Soll ich... Was war das denn jetzt bitte? Achso, das war nur ein Crash-Song. Gibt auch so Gruppen in Trap Mania. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das mit Nation funktioniert. Da kann man nur reingehen. Ich hab doch eine Gruppe erstellt, Team Impero. Ja, ich glaube nicht, dass das mit Nation funktioniert. Ich glaube, das geht nur mit den... Ja, die brauchen natürlich Features, die... Scheiße. Müssen wir aber nachher mal gucken. Können wir mal machen. Ah, jetzt wird erst mal gefahren. Wie sich das denn immer anhört. Oh, scheiße. Erst mal alle in die Bande rein. Matrix. Niceer Name. Falls ihr wissen wollt, wie ihr diese Namen in Farben ändert, das ist... Mit so... Code-Sinteres. Zum Beispiel, wenn ihr den Namen, äh... Ich sag jetzt mal, gelb haben wollt, dann müsst ihr vor euren Namen Dollar FF Null eingeben. Und kein Leerzeichen oder sowas. Und dann ein... Oh doch, doch, ein Leerzeichen. Und dann euren Namen eingeben. Dann habt ihr einen gelben Namen zum Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel Rot haben wollt, dann... Oh Gott, ne, ich bin Elfter geworden. Okay. Äh, wenn ihr zum Beispiel Rot haben wollt, wäre das zum Beispiel F00. Müsst ihr mal googeln. Aber, äh, jetzt habt ihr zumindest die Basis. Deswegen ist mein Name zum Beispiel hier, äh... Den sieht man jetzt gerade nicht. Der ist aber lila-schwarz. Und Nico 88 weiß ist, äh, giftgrün und blau. Ja. Ich hab mich verschwunden. Scheiße. BMW 92, na super. Ja, Mieb. Das war ich. Auf zu whoopern. Oh, einer guckt mir gerade zu, weh. Nee, der guckt mir alles zu, da bleibt ein Zuschauer. Ach so, ich dachte, man wird immer angeguckt dann. Nee, nee, da bleibt ein Zuschauer. Ja, Leute, wenn Trap Mania Turbo rauskommt, dann kann ich euch eine alte... Fuck! Nein, ich bin von der Strecke geflogen. Komm schon, ich komm wieder drauf. Äh, ich komm nicht mehr drauf, ich bin raus. Ja, ich auch. Wir sind beide raus. Voll rübergeschossen. Gucken wir mal dem... Hardy! Der heißt Hardy. Aber mit Y. Hardy TC. Ja. Netze Kamera, muss ich aber sagen. Also der... Ach, das ist von Nadeo ne Map, sehe ich gerade. Das ist eine Standard-Trap Mania Map. Ja. Und das war am Verscheißen drauf. Der hat aber auch B. B war? Lol. Blue. Blue war? Mittel oder... Mittel. Mittel war das, genau. B14 Speed. Oh, geht weiter. Nico 8 nach 2, gerade 15 Punkte. Ich hab keine Ahnung, wie viel, weil ich auf der anderen Seite bin und ich zu faul bin, um umzublättern. Darf ja mal irgendwo besser sein wie du. Du bist jetzt in Grid Autosport mit dem Driften, King, ey. Außer in Brent's Hedge. Ja. Ja, da war ich besser. Ah, die Strecke kann ich auch echt nicht im Driften, da muss ich auch zugeben. Da bin ich nicht gut drin. Ah, cool, da tut er gut. Ein Grid Autosport muss man auch als Team arbeiten, Sebastian. Und ich, ey, ich bin besser, du. Ja, ja, das war auch mal, ja. Da muss man echt mehr als Team arbeiten. Weil sie sind dann voll geil aus die lila Front und dann lassen sie drunter so ein normales Auto. Ja, ist ja, ich meine, die lila Front, jetzt ist es ja die Arktiker Front. Wenn ich daran bedenke, den Namen auszusprechen, würde ich es lieber sein lassen. Es sei denn, ist die obere Front gemeint, dann. Das ist ja ganz nice. Äh, kleine Kinder, googelt bitte nicht danach. Nein, nicht. Verboten. Ende. Dürft er nicht. Und kleine Fairies auch nicht. Ey, ich bin Fünfter geworden. Leute, du bist hinter mir. Geil. Voll geil. Sorry. Echt lustig gerade. Ey, mehr zog danach nichts. Hey, da bin ich ja eigentlich in der Liste. Mit meinem wackelnden Arsch. Juhu. Ja, da machen wir auch eine Kiste, ey. Ich bin mir ja lieber ruhig. Ich vote mal für die Strecke. Ich mag die. Auch wenn es normale Trap Mania-Strecke ist. Ich mag die echt. Normale Trap Mania-Strecken müssen ja auch nichts Schlechtes heißen. Manche davon sind ja auch echt geil. Leute, da ist gerade einer voll komisch weggeflogen. Warst du das jetzt? Nein. Nein, 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 nein. Was ist denn jetzt hier los? Ich bin voll weggeflogen. Ich hänge in der Wand. Oh Mann. Oh, nee. Nico, achte auf, sie war hängt in der Wand und ich bin gegen die Wand geklatscht. Ach ja, das wird nichts. Scheiße. Da ist jemand DMC1, der Name ist geil. Oh, freue ich mich schon, wenn ich wieder Geld verdiene. Ein Auto kaufen und dann erstmal vernünftig in den Rechner rein, ey. Ja, Tito. Lappen kaufen, Wagen endlich mal vernünftig wieder fahren, außer auf dämlichen Parkplätzen. Und dann auch einen richtigen Rechner kaufen. Und dann kriegt ihr ja, was ihr braucht, Leute. Dann kriegt ihr ja super Let's Plays. Alter, Bob hat schon... Legt mich fett. Dafür mal ein Tentick. Nicht schlecht. Alter, Blackstar ist direkt Favo. Boah, da ist ja auch Platz 2000, die Typen, ey. Wir legen uns hier gerade mit dem Pros an. Ja, ich mag den voll. Ich gucke da immer drauf, ich alte Sau, Mann. Ja, Entschuldigung, dass ich da auch die ganze Zeit immer draufkomme. Entschuldigung. Ja, das Bild. Ich glaube langsam, er hat es rausgerissen. Was hast du denn? Du hast so eine komische Olle mit einer Brille, also. Darf ich das auch? Und ich habe eine Olle... Was? Eine komische Olle mit einer Brille? Ja, die... Silla hat ein Bild mit einer Olle. Was ist passiert? Ja, ich bin komplett von der Map geflogen. Mal wieder der Sprung. Oh, Mann. Lass mich raten, du knallst immer gegen dieses Ding. Nee, nee, komplett raus. Boah, Alter, was war das denn? Jetzt habe ich aber an FPS-Lack gehabt, ey. Leck mich fett. Komm, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Lol. Den haben wir noch gekriegt. Nee, haben wir nicht scheiße. Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Und das war mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Ich bin siebter aber geworden. Äh, so, was wollen wir... Alter, was war denn mit einer Brille? Jetzt will ich gerade überlegen. Egal. Das klären wir in der nächsten Folge auf. Ich nehme mich damit meine. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.